Mein Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Firewatch. Ich bin nämlich vorkommen in die falsche Richtung gelaufen und wir sind endlich da. Wir können rein nach Cave 452. Ich bin echt gespannt, was uns jetzt erwartet, ey. Okay, da. Woop. Eben ging die Tür wieder zu. Gucken wir mal, wo wir da hinkommen. So gefährlich. So gefährlich. Wo geht das hier hin? Ich bin einfach nur rausgekommen. Wo bin ich denn jetzt? Da hinten. Okay. Da war ich noch nie. Hey, hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. Hey, I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So, so you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware is gone now. I don't have any climbing equipment. I just had my ropes. I'm gonna hike back to two forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt langkommen. Wir suchen jetzt einen Anker, damit wir weiter tiefer in die Höhle vordringen können. Also, das ist das, was er gewucht. Was ist denn hier? Delilah, ich habe gerade eine Ausflugung gefunden, die jemand als ein kleines Fort benutzt. Ich glaube, es war Brian Goodwin. Wirklich? Ja, er hat sich ein echtes Kastel gebaut. Hier liegt ein Dino. Ihm gehörte das Rollenspiel-Ding. I found a, I guess, a datasheet for one Gladius Silva, Half-Elf Armor 7. Classic Wizards and Wyverns. Nice. Damit kann ich was anfangen. There's a busted old toy out here. Some sort of electronic game? Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. It's a little weird that he just leaves so much of his stuff out here. Yep. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. I... They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires and... I got a call because someone thought a kid was up in two forks. I lied and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave and... I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was going to bring him back to. Also der Kleine... Hat hier irgendwas, äh... There's a ham radio schematic here? Something Brian was working on? Yeah, uh, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. Nehme ich mal mit. Ähm... Gucken wir uns mal die Postkarte an. I'm with my dad in Landa, Wyoming. It's pretty neat. Dad finished in a spot called... Fisht in a spot called Sinks Canyon. Most of Wyoming looks like home in Nebraska. But then there are mountains and woods when you go far. I'm sorry I can't mow your lawn this summer, but I hope you found a good person to do it instead. Can you write back and tell my dad when school starts? Because I don't think he knows. Your friend and neighbor Brian Goodwin. Er schreibt also an seinen Nachbarn, dass er dem Papa schreiben soll. Wann die Schule wieder anfängt, weil er glaubt, der hat es vergessen. So, jetzt gucken wir uns mal das Dokument an den Ranger an. Hi, mein Name ist Brian Goodwin. If you found this note, it should be with a bunch of climbing anchors. I hope. Could you do me favor and please return them to me, Brian Goodwin, in the mail. My address is 55 Foxhott Lane, North Platt, Nebraska. You tell me your name and address, I'll give you a reward for this. You are probably wondering, where I left these here. Well, they are my dads and I don't want him to lose them, but I don't want to do any more climbing on this trip. Also, der Kleine hat hier diese Haken dargelassen, damit er nicht mehr klettern muss mit seinem Papa und es soll ihm jemand schicken. Ich überhalte nochmal seinen Charakter hier, seinen Rollenspielcharakter. Hier ist noch mehr Kram. Nehmen wir einfach mal alles mit. Jetzt gucke ich mal, ob wir nicht noch mal hier in die Höhle kommen oder ob ich anders wieder rein muss. Aber ich glaube, wir kommen da wieder in die Höhle. Das wäre nicht verkehrt. So, ich habe nachgeguckt, weil, ähm, das hätte, glaube ich, zu lange gedauert, bis ich es finde. Ist auch ein kleiner Trick dabei. Oder was heißt ein Trick, aber... Ich habe natürlich wieder nie in die richtige Richtung geguckt. Hier kann ich einen von den Kletterhaken festmachen. Und schon komme ich runter. Was heißt, was hier nicht? Ich weiß, was da drinste. Ich meine, wir müssen wissen. Was heißt? Apaôt es ist, sie wollen dich nicht 핥Volgen. Ich meine, sie veröffentlicht die Tür, wenn sie... ...de Ding mit einem Schmack oder dich mit einem... Also, sie unterstützt mich so ein bisschen. Ich habe ihr gesagt, ich will unbedingt nochmal in die Höhle. Obwohl es so gefährlich ist. Wenn ich da rauskomme mit Rechtsklick, können wir auf die Karte schauen. Ich muss echt den ganzen Weg da drum herum laufen. Die Mädels sind wieder da. Sie wurden eingebuchtet. Das ist der falsche Schlüssel für so ein Schloss, meine Lieben. Nebenan, da unten habe ich keinen Empfang. Egal. So. Und weiter in die Höhle. Ich bin so gespannt, was wir jetzt finden. Ob wir überhaupt was finden. Ich habe immer noch die Vermutung, dass wir gar nichts finden. Wie soll der denn hier wieder hochkommen? Vor allem hier steht Long Drop Down. Naja. Ich bin gespannt. Da liegt jemand. Oh mein Gott. Der kleine ist echt tot. Der kleine ist echt tot. Wollte. out of cave and report body aber hier muss da noch was sein kann doch nicht schon alles gewesen sein ach nee guck mal an wo ich rauskomme vor der tür oder an der tür hey you um might want to take a seat I've been sitting this entire time I'm almost always sitting what's what's wrong the only thing in the cave was a body a body god what a mess Delilah it's Brian Goodwin fucking kidding me how does that how climbing I think or made to look like a climbing accident I think that's just what it was he was probably exploring the cave and and maybe his rope gave out whoever locked me in there probably didn't even know about him what do we do now D I mean are you okay I'm not he'd be alive if I told someone he was out here I don't know where he'd be but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave I there's 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 nothing to say to hike back I think we're leaving tomorrow anyway Takt 79 was war jetzt mit uns wir wurden doch überwacht pack up belongings you see that plane I know I was just busy packing up well there's gonna be a lot more the service says this thing is 2% contained is this the June fire or the site fire the two fires merged into one unmitigated disaster they're renaming it after my look out you about packed up shouldn't we talk for a sec you know about things about what we still don't know who was listening to us who was following me around who made that tape yeah all we have is the body of a dead boy who did nothing wrong but maybe we can still find these people look I think whoever is out there caused the site fire to cover their tracks and I'm almost certain that when I get off the helicopter I'm going to be let into a room and made to listen to a tape of me saying we started it and we don't know shit what can I do well there's something for you to do holy shit holy crap yeah oh my god we don't know what it is it could be nothing yeah it could also be whoever was listening to us who ever made the tape also wow that's a huge fire you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back look if something happens I'll remember you I'll look at what I take with oh well that's nice I should take everything with me was mir gehört also was ich mitnehmen möchte unbedingt was ich mit den büchern die können alle hier bleiben ich habe die kleinen schildkröte wichtigste kann immer nichts passieren als vorausgesetzt ich überlebe das ganze jetzt wir machen uns raus ach es hat ja keinen sinn ab geht's